Es reicht langsam, es reicht langsam. Ich war schon kurz davor TikTok zu löschen, weil meine ganze For You-Seite die ganze Zeit mit amerikanischem Fastfood ist. Erst diese riesen Cookies, dann der Brownie, jetzt Chipotle. Jeder kennt das Mädchen im Auto, wie sie diesen Burrito isst mit dieser Chipotle-Soße. Da ich in Amerika lebe und auch Chipotle habe, fahr mal los und holen uns das. Let's go! Ich bin weg! Ich hab ex auch die Chipotle-Soße geholt. Ready? Das ist next level. Ich verstehe diese Frau im Auto jetzt zu 100%. Wie geil kann ein Burrito schmecken? Wenn ich das bewerten muss, 10 von 10. Zu 100%? Ich könnte niemand so einen geilen Burrito machen. Deutschland, mach das mal na!